hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich bin der alex und heute möchte ich euch mitnehmen in ein neues projekt auf eine neue reise ich hatte ja bereits ein einigen jahres rückblicken und vorausschauen irgendwie angedeutet dass ich mich auch mal in zumindest für mich unbekannte gewässer begeben will und dieses jahr zwei neue plattformen also für mich neue plattformen außerhalb von merch bei amazon mit bespielen möchte und das ist zum einen kdp und dann auch noch etsy so jetzt werdet ihr es alle schon im titel und auch im thumbnail sicherlich gesehen haben heute soll es um etsy gehen ganz einfach weil ihr kennt es sicherlich von euch zeit ist das knappeste gut das ist bei mir nicht anders dementsprechend fehlen mir aktuell leider die ressourcen um beides mit dem notwendigen fokus irgendwie gleichzeitig anzupacken von daher habe ich mich erst mal für eins entschieden das ist jetzt etsy darum soll es in diesem video gehen aber dann auch in zukünftigen videos denn ich möchte euch in diesem gesamten prozess sozusagen jetzt mitnehmen ich hatte bereits im vorfeld gesagt dass wenn ich diese beiden plattformen mit bespiele das nicht auf dem ich sage jetzt mal gewöhnlichen oder offensichtlichen wege tun möchte bedeutet im hinblick auf kdp möchte ich eben nicht meine schon bestehende designs jetzt einfach auf no content notizbücher drauf klatschen in der hoffnung dass sich da irgendetwas verkauft ich sage nicht dass das überhaupt nicht funktioniert einige machen damit sicherlich auch gutes geld aber ich finde es nicht nachhaltig ist auch irgendwie es macht mir keinen spaß also es widerstrebt mir einfach irgendwie und da möchte ich dann schon etwas mehr reinlegen und in richtung zumindest low content also sehr gut aufbereitete low content oder eventuell sogar content bücher gehen und im feld von etsy wollte ich eben auch nicht meine designs jetzt über einen fulfillment anbieter ebenfalls auf t-shirts oder bekleidungsprodukten dort anbieten denn da gibt es verschiedene dinge die für mich persönlich dagegen sprechen einmal der größte oder einer der größten vorteile von merch bei amazon dass einem dort nämlich die arbeit abgenommen wird mit dem kunden zu interagieren ja also man hat keinen kundensupport man muss sich nicht um die retouren kümmern nicht um irgendwelche lieferzeiten muss dort nicht irgendetwas erklären warum jetzt irgendetwas nicht funktioniert sondern das ist einer der finde ich persönlich am meisten unterschätzten vorteile von merch bei amazon ich lade wirklich nur meine grafik hoch und habe dann nichts mehr damit zu tun also ich muss einfach nur warten bis es jemand verkauft und dann kriege ich geld dafür und ansonsten bin ich komplett raus aus der sache und das nimmt einem wirklich so viel arbeit und auch kosten ab dass ich es ehrlich gesagt nicht sehe das gleiche modell also quasi diese designs jetzt auf einer anderen plattform ebenfalls noch mal zu verkaufen wo ich aber das ganze selber machen muss ja auch wieder es kann natürlich funktionieren ja also ich möchte das überhaupt nicht absprechen aber das ist einfach nur aus meinem persönlichen empfinden würde mir das jetzt eben dementsprechend auch keinen spaß machen ein weiterer punkt oder mal eine entgegengesetzte meinung kann man natürlich auch sagen dass man bei merch bei amazon dementsprechend auch keine kundendaten sammeln kann das heißt man weiß ja gar nicht wer gekauft hat das ist natürlich bei etsy wieder anders aber das habe ich bei etsy eben auch bei jedem modell also egal wie ich etsy nutze ich kann ja auch andere dinge verkaufen so jetzt hätte ich logischerweise auch auf andere produkte ausweichen können die es auf merch bei amazon nicht gibt zum beispiel kopfkissenbezüge und dort einfach meine t-shirt designs rauf packen das wollte ich eben auch nicht weil ich denke dass merch bei amazon noch deutlich größer wird dass solche produkte auch dazu kommen und dass jedes print on demand produkt was irgendwann mal auf merch bei amazon erscheinen wird wird sich auf allen anderen plattformen danach quasi immer schlechter verkaufen also ich glaube einfach dass solange dieses produkt noch einen gewissen unique status sozusagen auf einer plattform hat wie zum beispiel redbubble oder eben etsy solange funktioniert das da noch sehr gut aber sobald amazon das auch übernimmt wird es halt von mal zu mal quasi immer schwieriger oder mit der zeit immer schwieriger und die verkäufe werden dementsprechend dann dort zurückgehen bedeutet ich wollte etwas völlig neues oder zumindest so ein bisschen neu aus diesem print on demand einen kleinen schritt raus aber nicht komplett dass ich trotzdem noch in unserem bereich bleibe und ein weiterer punkt der mich jetzt dazu gebracht hat den shop so wie er aktuell ist aufzusetzen ist dass mir diese geheimnis touerei auf merch bei amazon eigentlich so ein bisschen auf den keks geht also dass man eben nicht seine designs zeigen kann dass man immer aufpassen muss hat man auch alles irgendwie versteckt dass ja keiner die nischen sieht und die keyworder weil logischerweise in der community 99,9 prozent sind wahrscheinlich total dufte leute die auch gar kein interesse daran haben die designs von mir zu kopieren aber dieses 0,1 prozent ja irgendeinen dussel gibt es dann halt immer da draußen der gesagt der sich sagt den kann ich nicht leiden dem drücke ich jetzt eine rein und da ist natürlich ein kopiertes design erstmal noch ich sag mal das geringste übel sondern im schlimmsten fall kann sowas ja auch einfach gemeldet werden oder eben den account dann entsprechend auch in gefahr bringen nur weil man das eben öffentlich gemacht hat so und da der merch bei amazon account doch einen gewissen wert hat muss man in diesem fall eben einfach schlichtweg aufpassen so und das wollte ich jetzt versuchen auf etsy einfach zu umgehen dass wenn ich ein video wie zum beispiel jetzt darüber mache und auch in folgenden videos darüber berichte wie es denn mit diesem etsy shop so läuft dass ich dann eben nicht alles verstecken muss gucken muss habe ich auch überall alles geblurrt und plötzlich sieht man eine url die man nicht sehen darf habe ich wieder vergessen und alles fliegt auf das ganze ist geleakt das wollte ich eben nicht sondern ich wollte euch komplett mitnehmen auch mal mit ins back end nehmen und einfach zeigen wie sieht denn das aus wie bereite ich denn zum beispiel diesen shop auf so und ich denke mal das ist mir erstmal gelungen also ich hoffe wir werden sehen wie es funktioniert auf jeden fall habe ich da erstmal keine angst euch das auch komplett zu zeigen das heißt ihr werdet auch jetzt gleich mal richtig den shop sehen der shop ist auch unter diesem video verlinkt das heißt ihr könnt auch einfach drauf gehen und ich habe mich für einen shop für digitale downloads sozusagen entschieden das ist schon die also diese idee dazu existiert für mich tatsächlich schon relativ lange schon weit aus dem letzten jahr im moment gibt es da ja tatsächlich richtigen hype also es gibt auch andere youtuber die darüber videos machen auf etsy eben digitale downloads zu verkaufen ich habe das ganze schon so ein bisschen länger halt auch vorbereitet von daher ist es jetzt für mich nicht ganz neu aber die idee ist halt in mir gewachsen einfach digitale downloads anzubieten die man dann eben auch entsprechend im print on demand business nutzen kann bedeutet ich biete dort einfach zumindest zum jetzigen stand aktuell vektoren und illustrationen an für das print on demand business aber auch für andere bereiche falls man jetzt sich selber irgendeinen poster kreieren möchte oder eben die die grafiken für webseiten zum beispiel verwenden möchte also einfach grafiken für die persönliche und aber auch für die kommerzielle nutzung so das heißt ich mache jetzt hier kein schnickschnack und biete das nur mit irgendwelchen komischen rechten an sondern man hat halt wirklich wenn man bei mir eine illustration ein vektor irgendwie erwirbt die vollen kommerziellen nutzungsrechte dafür und kann das eben auch verwenden das einzige was ausgeschlossen ist ist der digitale weiterverkauf also nicht dass sich jetzt jemand hinstellt und einfach alle meine vektoren kauft und genauso einen shop aufmacht und die dann für ein euro günstiger verkauft das soll es natürlich nicht sein aber solange diese grafiken quasi verwendet werden um dann entsprechend ein t-shirt design zum beispiel entstellen zu erstellen ist das vollkommen legitim ja wie gesagt ihr könnt reingucken ich werde vielleicht jetzt parallel auch einfach mal so ein paar bilder zeigen damit ihr nicht direkt aus dem video rausgehen müsst wie das ganze aussieht es ist aktuell noch relativ klein das heißt wir befinden uns im bereich von um die 20 vektor pakete beziehungsweise illustrationen da sind auch pakete mit natürlich mehreren dabei das heißt das ganze ist so ein bisschen nischen sortiert zum teil dass man halt ein gardening also für gartenarbeit zum beispiel so ein bundle hat die sind in der regel mit 15 illustrationen bestückt für diese entsprechende nische manche nischen haben eben auch schon zwei bundles womit man denke ich mal schon eine ganze menge anfangen kann und das ganze richtet sich logischerweise dann auch an euch also ich schwatze jetzt hier niemandem irgendwas etwas auf ich sage auch nicht dass ihr unbedingt meine illustrationen haben müsst sondern es gibt ja durchaus personen in der community die einfach noch keinen eigenen illustrator oder designer oder wie auch immer haben vielleicht auch keinen wechsels account und hier ist ganz wichtig also ich möchte jetzt hier wechsels auch keine konkurrenz machen das kann ich auch schlicht und ergreifend nicht sondern es geht in diesem fall dann doch eher ein bisschen um individualität dass wenn man jetzt zum beispiel einen sehr speziellen vektor braucht oder einfach mal etwas anderes dann kann man sich zum beispiel eben in meinem shop da bedienen wenn man in einer nische auf der vektor plattform die man eben nutzt vielleicht gar nicht so viel findet oder merkt okay diese grafik verwenden eben auch schon 10.000 leute das heißt es hat halt nichts mehr uniques könnte man eben einfach mal bei mir reingucken und ja vielleicht gefällt einem ja das was man dort sieht von daher seid ihr entsprechend auch mit meine zielgruppe ich habe auch logischerweise für die die jetzt aus der community heraus kommen zum beispiel über meine videos darüber aufmerksam werden einen discount code den findet ihr auch unter dem video von 20% für alle illustrationen auf dem shop also da ist quasi alles mit drin meine kanalmitglieder die kriegen sogar 50% von daher ist glaube ich so ein bundle zum beispiel mit 15 illustrationen stand jetzt würde dann quasi nur noch 2 euro 50 oder ja 2 euro 50 also ich verkaufe in euro preisen kosten zuzüglich märchensteuer natürlich aber ich denke mal das ist ziemlich verkraftend ja und über diesen shop werde ich jetzt in zukunft berichten aktuell ist das ganze natürlich noch ein riesiges naja wir nennen es mal eine investition man kann auch sagen ein minus geschäft bedeutet ich habe jetzt noch nichts großartig umgesetzt ich habe bisher einen verkauf von der tanja von daher vielen dank dafür die darf sich jetzt quasi die erste nennen die bei mir im shop hier eingekauft hat für immer und ewig falls ihr irgendetwas dort kaufen möchtet freut es mich natürlich riesig wenn ihr danach eine bewertung dort lasst das hilft dem shop enorm an sichtbarkeit vor allen dingen zu gewinnen und selbst wenn ihr nichts kauft würde es mich sehr freuen wenn ihr einfach so ein favorite da lasst ja wenn ihr den shop als favoriten markiert auch das hilft an dieser stelle schon sehr weiter weil es ist halt leider so dass es auf etsy extrem über die bewertungen läuft und über den trust logischerweise wenn da ein neuer shop ist und da hat noch niemand gekauft der hat keine bewertungen der hat keine favoriten dann ist es natürlich auch für den neuen verkäufer der mich vielleicht jetzt auch noch nicht über die videos kennt relativ ja schwierig oder oder es ist abschreckend sage ich mal dann dort irgendwie etwas zu erwerben ja das ist jedenfalls der shop lasst mir gerne euer feedback da auch wie ihr den shop findet wie ihr das aufbereitet findet vielleicht auch was euch fehlt es ist lange noch nicht alles perfekt ich arbeite gerade noch an den listings auch da sind natürlich viel mehr optionen gegeben als jetzt bei merch bei amazon da muss ich also dringend noch was machen aber ich werde euch eben auch in das listing schreiben in die thumbnail erstellung mit reinnehmen in die werbung und so weiter und so fort das kommt dann alles in folgenden videos also wie gesagt lasst mir gerne eure konstruktive kritik dazu unter diesem video und dann verabschiede ich mich erstmal bis zum nächsten video und sage reingehauen und dann